Ich wünsche NoStatusBaby die Anfangseuphorie, die jedes kleine Kind hat und dass ihr mit diesem Projekt einen sehr erfolgreichen Weg geht, ohne darüber nachzudenken, was vielleicht schief gehen kann oder was passieren könnte. Dass ihr einfach den Traum, den ihr habt mit diesem Projekt, den ihr noch komplett durchzieht und keine Zweifel überhaupt aufkommen lässt und dass ihr damit zufrieden seid, dass ihr das auch gemacht habt.